Unser neuer LEB-CT, der Kombinationstank, bietet die Möglichkeit, einen Tank für Flüssigkeiten mit verschiedenen Produkten unseres Horsch-Portfolios zu verbinden. Zum Beispiel mit einer Hacke oder einer See- oder Pflanzmaschine. Dieser neue Tank ist in den Größen, wie hier im Bild, mit 2400 Litern verfügbar, 1800 Liter oder 1400 Liter. Es gibt die Möglichkeit, oben über den Domdeckel die Mittel einzuspülen. Das heißt, ich kann nicht nur ihn für die Düngung verwenden, sondern auch für den Pflanzenschutz, zum Beispiel bei einer Bandspritzung. Und dazu steht fürs Reinigen auch die Möglichkeit eines 180 Liter großen Frischwassertanks zur Verfügung. Zum Kombinieren gehört auch, das Ganze mit dem bewährten LEB-Portfolio zu kombinieren, zum Beispiel mit einer Dreipunktspritze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017